Yo Freunde, was geht, ma es geht, heute muss ich mit Lumex zusammen auf diesem Floß überleben und wir sind einfach auf dem Meer. Lass auf jeden Fall ein Like da, das würde mich super unterstützen, abonniere den Kanal und jetzt würde ich sagen, Lumex, wir sind einfach mitten im Meer. Also Lumi, pass auf, immer wenn wir angeln, bekommen wir krasseres Zeug und können unser Floß erweitern. Jetzt voll tief nach unten, Mann. Aber pass auf, wenn wir runterfallen sollten, kommen dann die großen bösen Haie, Mann. Nein, du hast mehr Angst, hör auf damit. Doch, pass auf, hier drin haben wir jetzt angeln, die kannst du dir nehmen und wir haben hier sogar einen Händenhauben. Okay, was können wir damit machen? Warte, setz das mal auf, guck, wie ich aussehe. Okay, pass auf, wir müssen jetzt angeln und müssen auf jeden Fall unser Floß mal erweitern, ich würde sagen. Lass schnack, schnack, schnack machen, wer zuerst hier angewirft, okay? Ey, das ist voll gemeint von dir. Nein. Ich ange eher, ich ange eher als du. Haha, schau mal. Nein. Nee, da kommt doch nichts. Oh Mann. Ich hab was. Du hast nur... Eichensetzling, ich hab ein Eichensetzling. Du wirst schon sehen, ich angel nämlich jetzt ein richtig krasses Schwert oder so. Bei dir kommt schon wieder was. Jetzt gehörst du meine ganze Fische. Pass auf, guck, ich mach jetzt hier... Nein, du klaust, du klaust. Bei mir alle Fische weg die ganze Zeit. Bei mir kommt auch was. Ja. Oh, ich hab... Ich hab... Ich hab Granit bekommen. Sehr schön, warte. Und es sieht so lustig aus mit einer Brille. Ey, Lumix, wir müssen hier wirklich so lange wie möglich überleben. Wir dürfen nicht sterben. Du musst wirklich aufpassen, weil es kommen auch rein hier. Du darfst nicht erträgen. Kannst du überhaupt schwimmen? Du kannst bestimmt nicht mal schwimmen. Ich hab ein Seepferdchen, Mann. Ja, aber nur Bronzen. Ich hab Gold dafür. Kommt da jetzt was? Oh, oh, oh. Oh, schau mal, schau mal. Was ich bekommen hab? Oh, Eis. Da brauchen wir dann eine Spitzhacke. Wir brauchen einen Ofen erst mal. Stimmt, 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 stimmt. Okay, komm, ich werd nochmal raus. Jetzt. Doch, du kommst das. Nein. Nein, du klaust meine Fische. Hör auf damit. Ey, Junge. Bei mir. Ich hab zu früh. Oh Mann. Ich hab was, ich hab was. Jetzt. Oh mein Gott, noch mehr Eisen. Aber wir müssen unser Floß erweitern. Ey, guck mal, was wir im Baum haben. Guck mal, was da unten alles ist. Schau mal, da geht's. Wo, wo? Wo kommt der denn her? Was hast du da gemacht? Du hast ihn, was hast du da angepflanzt? Keine Ahnung, das war ein Eisen-Sensling. Und da hinten, siehst du, ist das ein Tempel da am Wasser? Schau mal, da hinten. Warte, 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 ich hab eine Idee. Das sieht aus wie ein Tempel da hinten. Ich mach jetzt erst mal das Holz hier kaputt. Was ist das für ein Holz? Was ist das? Was grün ist, ich hab keine Ahnung. Oh, oh, oh. Ein Boot. Jetzt kommt's rein. Oh, wir können auf das Meer jetzt rausfahren. Schau mal. Ja, warte, warte, warte. Aber ich hab Angst, wir dürfen nicht so schnell machen. Oh, das hab ich nicht gehandelt. Du hast mich gestanden. Oh, nein, ich hab... Guck mal. Nein, jetzt... Hallo, ich will nicht... Ich will fahren. Ich will fahren. Nein, geh nach... Lass das, lass das. Ey, ich fahr weg. Ich fahr weg. Bleib schnell, bitte. Nein, warte, warte, warte. Nein. Hallo, mach doch jetzt nicht so. Hallo, ich ertrige sonst. Die Haie, komm, die Haie, komm, beeil dich. Ich komm nicht hoch. Ich kann nicht so gut schwimmen. Liffe. Komm, komm, komm. Drauf? Nein, warte. Komm jetzt rauf, Mann. Ey, okay, jetzt reicht's mir. Du willst mich doch nur veräppeln. Lass mich in Ruhe. Nein, ich hab das für Spaß gemacht. Ich bin ganz unten im Wasser. Gibt's da was? Da ist jemand. Wo bist du? Oh, Hilfe, da ist jemand. Da ist jemand. Ich seh dich nicht. Ich ertrinke. Nein, Hilfe. Hilfe, ich ertrinke. Oh Mann, war das knapp. Da unten war jemand. Ich schwöre, ich hab da jemanden gesehen. Da war jemand. Blumex, wir müssen nach unten. Da gibt's Kisten. Da ist ein Geist gewesen. Ich schwöre, da war jemand. Ein Geist? Ja. Wo? Unten im Wasser. Was blubbert da? Da ist Lava. Oh mein Gott. Guck mal, was ich gefunden habe. Nein. Nein. Warte, wir machen uns schwer da. Komm. Warte, ich hab ne Idee. Äh. Ja? Äh. Was hast du gemacht? Blumi? Blumi? Was hast du gemacht? Ich. Nein. Das ist mir aus der Hand gefallen. Das war, ich meine, meine Finger waren kalt. Wo ist unser Klammand? Das ist mir leid. Ich hab mir aus der Hand gefallen. Okay, pass auf. Ich gucke. Ich geh mal nachgucken, ja? Okay. Du musst die Blubber, gehen die Blubber blasen. Dann bist du, kommst du schneller nach unten. Okay. Okay. Oh, aber sehr vorsichtig, ja. Du musst aufpassen. Da ist er unten. Oh. Hier ist ein bisschen Lava. Komm schnell nach oben. Komm schnell. Ah nein, ich hab Lava berührt. Hilfe, Lumi. Komm nach rechts. Komm dir helfen. Nein, Lumi, ich komme wieder hoch. Komm, beeil dich. Ich geh hoch. Du darfst nicht in die Blubber blasen. Die zieh nicht nach unten. Das wusste ich nicht. Das hättest du sagen müssen. Komm, beeil dich. Ich ertrink's einfach. Okay, pass auf. Da ist ein Diamant. Ich seh sie. Hast du sie? Ich seh sie. Die schwimmen auf dem Wasser. Komm hoch. Ja, warte. Ich hol sie. Warte. Okay, wir haben jetzt genügend Erde. Ich baue hier mal weiter, ja? Boah, wir bauen einen Ofen. Ja, das kriege ich da nicht hin. Woher denn? Warte, ich werfe die Angel ganz weit aus. Na, was machst du? Woher hast du den Sand her? Oh, da kommt Wasser meiner Angel ran. Hier. Oh, schau mal. Ich hab Kies. Oh, der fällt nach unten. Wie sollen wir denn hier überleben? Weißt du was? Wir gehen jetzt runter und erkunden alles. Komm. Nein, guck mal. Stopp, stopp, stopp mal. Guck mal. Da hinten. Da ist ein Tempel oder sowas. Dann lass da hin. Komm. Boah. Schnell, lass da hin. Los, los, Lumi. Aber wir müssen... Nein, lass früh wenigstens die Diamanten in Sicherheit bringen. Okay? Okay, komm. Auf Sicherheit. Okay, komm. So. Hast du? Wo muss ich hin? Na, du hast mein Blatt geklaut. Ich will. Hier lang, ne? Oh ja, hier unten. Okay, Lumi, bist du bereit? Ja. Pass auf, hier sind... Oh mein Gott, hier sind... Was sind das? Sind das Quallen? Das sind Delfine. Schau mal. Das sind Delfine. Das sind Oktopusse. Unter uns, da ist ein Delfin. Okay, ich steig jetzt aus, ja? Oh, hier ist ein Delfin. Ich hab doch gesagt, da ist einer. Okay, ich steig jetzt aus. Los. Okay, lass runter, schnell. Hier ist ein Tempel, Lumi. Aber ich... Ich muss wieder nach oben. Ich muss wieder nach oben. Ich muss wieder nach oben. Ich muss auch nach oben. Ich brauche Luft. Oh. Wie sollen wir das schaffen? Ich weiß es nicht. Wir müssen irgendwo... Was machen wir? Ich glaube, da hinten ist einer. Warte. Warte, ich glaube, da unten. Ich finde hier eine Kiste. Ja, ich seh dich. Komm auch. Ich bin im Tempel, aber hier. Oh, oh. Hast du was? Ich komme nicht mehr raus. Hilfe. Hier, hier. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Oh, oh, hoch, hoch, hoch. Oh, oh. Nein. Hast du das gehört? Frexy. Frexy, Hilfe. Frexy. Schnell, 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 schnell. Ich schaffe es nicht. Schaffst du es? Oh. Das war knapp. Ich glaube, wir schaffen es nicht bis zum Tempel. Wir müssen irgendwie eine Taktik... Lass uns eine Tür bauen. Und dann können wir die unter Wasser nutzen und dann kriegen wir Luft. Verstehst du? Ich brauche Essen, aber warte mal, lass mal einen Fisch. Hier ist ein Fisch. Fang den Fisch. Was ist das für einer? Ey, ich will dich essen. Kugelfisch. Nein, der beißt dich. Pass auf. Ich habe sein Fleisch. Oh Mann, du bist ein Mörder. Was ist das für Essen unbedingt? Ich nehme mein Boot mit. Das habe ich gebaut. Das ist mein Boot. Tschüss. Lohnne mich mit. Nein. Da hinten. Warte, warte. Ich hole dich ab. Da hinten ist irgendwas. Da ist Unterwasserhaus oder so. Unter Wasserhaus? Ja, steig ein. Lass mich fahren, bitte. Okay. Ausnahmsweise. Aber danach lässt du mich rückzus fahren, okay? Okay. Ich hin und zurück. Fahr krase aus. Wissen Sie nicht, dass du holst unter Wasser? Da ist doch irgendwas. Hier? Ja, ich sehe es. Weiter, da. Weiter, da. Warte. Ja, da runter. Da ist irgendwas. Was ist das? Das ist... Ja, das sind Korallen, glaube ich. Das sind nur Korallen. Langweilig. Hallo, nimm mich mit. Achso, du bist ausgestiegen. Sag doch mal. Ja. Schnell, habe ich gesagt. Ich muss mich ausruhen. Nein, schneller. Du hast mich gehauen. Oh, ein Delfin ist da. Hallo, Delfin. Oh, ist der süß. Ey, nein, nicht töten. Achso, wir brauchen Essen. Du hast recht. Oh, Essen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Nein, Lumi, ich habe Angst, Mann. Da kommt ein Monsterfisch. Ich sehe ihn. Komm, warte, warte. Oh. Oh, Mann. Hallo, ich will was angeln. Tja, ich graue dir deine ganzen Fische vor der Nase weg. Da kommt noch ein Fisch. So kommt bei mir nichts. Ida. Ach, hier drüben. Komm schon, Fische. Weißt du, was ich habe und was du nicht hast? Nein, was hast du denn? Was? Eine Banane? Hey. Die Banane waren in Natur. Guck mal, die sieht genau aus wie auf deinem T-Shirt. Schau mal. Nein. Na, guck doch. Du hast recht. Probier mal. Probier mal eine. Warte mal, ich will angeln. Ich habe keinen Fisch geangelt. Wow. Das war ein Monsterblitz. Ey, wir müssen wirklich angeln jetzt. Wir brauchen mal hier, wir müssen das größer machen. Ja, aber wir brauchen mehr Holz oder so. Ich habe Weizensamen. Lass die anpflanzen. Wir haben kein Holz mehr. Hast du noch Holz? Doch, ich habe noch acht Stück. Ja, dann geh ich dir. Dann können wir nämlich Weizen anpflanzen. Hier. So. Warte, ich muss noch nicht angeln. Warte, komm schon. Und die nächste Ange raus. Bei mir beißt kein Fisch an. Mann. Aber warum beißt kein Fisch an? Ja, das ist Donnerstag. Ja, ja. Das ist Donnerstag die ganze Zeit. Die wollen deswegen nicht rauskommen, die Fische. Guck mal hier. Schau, siehst du, ich habe angepflanzt Weizen für uns hier. Wow. Ist für den Anfang gar nicht so schlecht. Ey, hör auf. Lass das. Junge, lass das. Okay, okay, hör auf. Tut mir leid. Tschüss. Fang mich doch. Fang mich doch. Du musst was essen. Du, 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 Eierloch. Du hast alle Bananen gegessen? Lumi. Kann jetzt in Ruhe anruhen? Schau mal. Hallo, da ist ein Baum gewachsen. Perfekt. Okay, ey, Lumi, wir müssen wirklich unsere Platte mal hier erweitern. Ja, du bist faul die ganze Zeit. Du musst doch weiterbauen. Lumi, wir sind hier, wir müssen jetzt zusammen überleben. Hör auf damit. Hä? Soll ich keine Holzabbrauen? Ja, du bist, du musst es mit Gefühl machen. So wie ich. Schau. Angel auswerfen. Dann fünf. Vier. Drei. Drei. Eins. Und jetzt, siehst du, schon kommt ein Fisch. Und zack. Wo ist denn bei dir was? Und ich hab wieder Eisen bekommen. Du musst es mit Gefühl machen. Du machst das falsch. Da kommt was. Da kommt was. Nein, du machst das falsch. Boah, guck mal. Während du hier faul bist, mach ich unsere Insel größer. Ey, der beißt nicht an. Würdest du vielleicht helfen, die Insel größer zu machen? Oder soll ich alles alleine machen? Du machst das schon. Er ist gezogen. Ey, ich krieg nur Eichensetzlinge, ne? Das ist doch, das ist gemein. Aber wir können so mehr Holz machen, ne? Ja, hallo. Du musst das mit Gefühl machen. Du kannst das nicht so gut. Nein, machst du nicht. Junge, ich nehm dich gleich auseinander hier. Äh, ne Zuckerriegut oder was hier? Hä? Geht's für Kriegut. Oh, wieder nur noch ein HP. Dann ess doch was. Ja, was denn? Bananen oder so. Du hast doch alle aufgegessen. Stimmt gar nicht. Hier sind doch noch voll viele hier. Ja, ja. Jetzt hast du Welt hier. Ja. Ich will doch die Welt da unten erkunden. Mensch. Ja, wir brauchen da irgendwie eine Taucherbrille, ne neue. Oder ne Taucherflasche oder sowas. Wo kriegen wir die denn her? Von da unten. Junge, lass das. Fall mich doch, du Eierloch. Fall mich doch, du Eierloch. Oh, oh. Das beißt einfach. Hilfe. Ich ertrinke Brexit. Wo bist du? Dummy, wo bist du? Da drüben. Komm her. Du musst mir helfen. Komm, halt dich fest. Komm. Ich kann nicht mehr. Es ist... Komm. Ich zieh. Halt dich fest. Ich drücke. Oh. Komm, schneller. Ich kann das nicht. Ich geh unter. Komm. Äh. Oh. Alter. Das ist alles deine Schuld. Du hast mich rausgeschubst. Habe ich nicht. Ey, Junge, lass das. Ich habe nur meine Angel ausgehoben. Du standst im Weg. Wir müssen jetzt einen Plan machen. Wirklich. Also, wir angeln jetzt beide noch einmal. So. Ist der Baum gewachsen, ein Neuer? Oh, was? Ich habe krank der Wasseratmung. Oh. Ich mache mich auf den Weg. Du Tempel. Hast du nur einen? Ich habe nur einen, ja. Ich will doch aber auch einen. Los, 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 los. Ich will doch aber auch einen. Dann gehe ich jetzt zum Tempel ohne dich. Tschüss. Oh, Mann. Ey, Freunde. Wir müssen jetzt dringend zum Tempel hin. Lumix kümmert sich um unsere Kurs. Rexy. Du darfst nicht gehen. Er macht das schon. Aber wo war der Tempel? Oder hier drüben? Guck mal, da ist er. So, Freunde. Wo ist das? Hä? Du bist in die falsche Richtung gefahren, du Loser. Ja, ich gehe ja schon. Hä? Hä? Ach, da drüben. Oder? Du bist ein Loser. Lumix, ist das hier falsch? Du bist in der falschen Richtung. Okay, ich komme jetzt zurück. Hä? Was meint der? Welche Richtung meint der denn jetzt? Ach, da. Oh, ich sehe ihn. Ja, Lumix, ich sehe es. Du musst zurückkommen. Ja, ich bin hier. So, warte. Du wartest hier. Ja, ich erkundige immer alles. Ich habe drei Minuten Zeit. Ja, okay. Ey, sollte ich in drei Minuten nicht da sein, machst du dir Sorgen, okay? Ja, ganz bestimmt. Okay, bis gleich. Bis gleich. Los, Freunde. So, was haben wir hier? Ich kann drei Minuten unter Wasser überleben. Und hier ist der Tempel gewesen. Oh, oh. Wir müssen hier irgendwas Gutes finden. Hä? Ich finde hier aber nichts. Bin ich irgendwie komplett lost? Gibt es hier nicht mal eine Kiste oder so? Warte, wie kommen wir hier rein? Okay, hier ist der Eingang. Hier, ich habe den Eingang gefunden. Okay. Äh, hier ist aber nichts. Hä? Hör hier etwas. Hört ihr das auch? Oh, oh. Braxy. Komm zurück. Soll ich zurückkommen? Ich glaube, ich höre Lumex. Hä? Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, mein Gott. Braxy. Was ist das denn für einer? Was war das denn für einer? Hä? Ich habe ihn einfach umgebracht. Äh, wie komme ich hier raus? Oh nein, hier ist noch einer. Braxy. Wo bist du? Lume? Ich komme dir. Hilfe. Lume, wo bist du? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hilfe. Lume. Ich höre dich. Du bist ganz in der Nähe. Ich bin auch hier. Lume, ich habe mich verlaufen. Hallo. Wie komme ich hier raus? Wo bist du? Wo bist du? Hier. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich bin unter dem Tempel, Braxy. Wo bist du? Ich bin im Tempel. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe auch einen Unterwasserdrang. Wo bist du? Hier. Unter dem Tempel jetzt. Unter dem Tempel. Ich komme auf dem Tempel obendrauf. Okay, ich komme hoch. Warte auf mich. Freunde. Ey, das war knapp. Ich muss schnell. Wie lange habe ich denn noch? Wie lange habe ich noch? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Ich muss schnell zu Lumi hoch. Oben, hat er gesagt? Ist oben. Ich bin auch oben. Wo bist du? Ja, ich bin da. Wo bist du? Du bist nicht oben auf der Spitze vom Tempel. Doch. Ich bin ganz oben. Nein. Ganz oben. Ja, ganz oben. Ja? Ach, hier. Hier geht es weiter nach oben. Hier bin ich, Lumi. Lass nach unten. Wir müssen rein in den Tempel. Aber ich weiß nicht, wie lange Zeit ich habe. Du wirst es schaffen. Ich glaube an dich. Wo bist du denn? Komm, ich bin drin im Tempel. Ich bin drin im Tempel. Wo bist du rein? Hallo, warte auf mich. Hier gibt es irgendwo eine Kiste. Aber wo bist du? Ich habe mich verirrt. Das ist wie ein Labyrinth. Ich bin nicht mehr zurück. Was war das? Ich weiß nicht. Ich sage nicht gut. Ich bin wieder draußen aus dem Tempel. Komm wieder zur Spitze. Komm wieder zur Spitze. Schnell, schnell, schnell. Quatsch, ich bin wieder im Tempel. Hä? Wo muss ich denn lang? Ich finde es... Lumi, komm jetzt einfach. Reksi, ich finde es nicht. Ich kann nicht mehr. Ich muss nach oben, Lumi. Ich muss nach oben. Wo ist unser Boot? Lubex? Ich muss Lumex helfen. Oh mein Gott. Lumex, er kann mich nicht hören. Wo ist der? Ist das eine Merio-Frau? Ich sehe seinen Namen. Lumex, hier. Wo ist der? Nein, nein, nein. Der ist nicht sterben. Lumex. Lumex. Nein, ich höre ihn nicht mehr. Hä? Ich darf nicht meinen Bruder verlieren. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss nach oben. Oh Gott, nein, nein, nein. Reksi, du musst mir helfen. Ich kann Lumex nicht mehr helfen. Ich habe nur noch zwei Herzen. Oh, ich hoffe, er schafft es. Da ist er, ich sehe ihn. Freunde, er muss das überleben. Oh nein, Lumex. Falsche Richtung, Mann. Ist er draußen? Der Tempel ist so groß von hier oben. Warte mal, ich werfe meine Angel rund. Nein, das schaffe ich nicht. Nein, 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 nein. Wohin geht er? Da ist er. Lumex. Ja, 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 genau. Ja, jetzt raus. Oh, oh. Er schafft es nicht, oder? Er steckt in Schwierigkeiten. Reksi, hier ist ein Monster. Du musst mir helfen. Ich komme, Lumex. Ich komme auch, wenn ich dafür draufgehe. Nein. Oh mein Gott. Du, Lumex, ich habe ein Problem. Lumex. Lumex. Nein. Reksi. Ich bin gestorben. Hey, Grinch, Reksi. Du bist mein Lieblings-Hutuber, bitte. Ich kann es gerade nicht glauben, warte.